Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Pil-Ehrgraf in Mondbuch anzunehmen bei Agentin Kjavnen in Westwall an dieser Stelle. Vor Quest war Geheimnisse des Turms und ab geht die Post. Wir müssen zum Starkmantel oder Starkmantel. Irgendwie so. Habe ich nicht aufgemontet. Ja, was soll denn das? Der Weg ist jetzt nicht allzu weit. Einfach Video verfolgen, dann wisst ihr wohin ihr müsst. Ich laufe jetzt einfach über dieses Feld. Oh, es könnte sein, dass ich gleich abgemontet werde. Ich hoffe nicht, aber ist im Bereich des Möglichen. Hm? Wie es aussieht, doch nicht. Okay, ich habe es geschafft. Cool. Oh, jetzt besteht nochmal die Gefahr. Kann ich hier durchlaufen? Kann ich, aber der Moped ist trotzdem. Und ich werde von den NPCs beschützt. Wie cool ist das denn? Quest ist abzugeben bei Marshan-Quian Starkmantel in Westwall an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.